Willkommen zu diesem Meditationshörbuch, das dir dabei helfen wird, innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. In den kommenden Minuten wirst du angeleitet, dich in einen Zustand der Entspannung zu begeben und deine Gedanken zu beruhigen. Nimm dir diese Zeit, um bewusst in deine eigene Mitte zu gelangen und den Moment vollständig zu erleben. Lass dich von den folgenden Meditationen inspirieren, um mehr Klarheit, Frieden und Harmonie in dein Leben zu bringen. Gelassenheit durch Augenentspannung. Finde eine bequeme Sitzposition und schließe sanft deine Augenlider. Erlaube deinen Augen, sich zu entspannen und den Druck des Tages loszulassen. Spüre, wie sich deine Augenmuskeln lockern und jegliche Anspannung allmählich nachlässt. Visualisiere vor deinem inneren Auge einen Ort der Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht ist es ein stiller Wald, eine sanfte Meeresküste oder ein ruhiger Garten. Stelle dir vor, wie du an diesem Ort bist, umgeben von Frieden und Harmonie. Nimm dir einen Moment Zeit, um bewusst auf deine Atmung zu achten. Atme tief ein durch die Nase und aus durch den Mund. Mit jedem Atemzug spürst du, wie sich deine gesamte Körpermuskulatur entspannt und sich ein Gefühl von Leichtigkeit ausbreitet. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Augen. Fühle die angenehme Wärme, die von deinen geschlossenen Augenlidern ausgeht. Lasse jegliche Anstrengung oder Belastung in diesem Moment los. Deine Augen dürfen sich vollständig erholen und regenerieren. Stelle dir vor, wie sich ein sanftes Licht über deine geschlossenen Augen legt. Dieses Licht bringt Heilung und Entspannung für deine Augen. Spüre, wie es jede Zelle in deinen Augen mit neuer Energie und Frische erfüllt. Genieße diesen Moment der Augenentspannung und erlaube dir vollständig, im Hier und Jetzt zu sein. Lasse jegliche Sorgen und Gedanken los und tauche ein in die Stille und Ruhe deines inneren Seins. Spüre, wie es jede Zelle in den Augen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du bereit bist, öffne langsam deine Augen und kehre mit einem Gefühl von Klarheit und Erneuerung in den Raum zurück. Nimm dir Zeit, diesen Zustand der Gelassenheit in den kommenden Momenten zu bewahren und lasse ihn in dein tägliches Leben einfließen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020